Wir suchen dich. Wir suchen Helfer. Wir suchen Menschen, die bereit sind und Lust haben, hinter die Kulissen zu gucken. Alt oder jung, ganz egal, ob viel Zeit oder wenig, diejenigen, die sich ein bisschen für andere engagieren wollen, werden hier Großartiges erleben, werden viel Spaß haben und werden uns helfen, dieses Turnfest groß auf die Reihe zu stellen. Das Erlebnisturnfest in Oldenburg im Jahre 2020 ist das größte Breitensportereignis in Norddeutschland, das alle vier Jahre stattfindet. Die Arbeit im Team reizt mich sehr, weil ich mich darauf freue, neue Menschen kennenzulernen. Wenn man irgendwie fröhliche Gesichter vor sich hat, ist das einfach das Schönste. Wenn auch du Lust hast, als Volontier beim Erlebnisturnfest 2020 in Oldenburg mitzuhelfen, bewirb dich jetzt! Tschüss! Tschüss!